hallo bei der neuen folge von ohne maulkorb mit tolle zahl die sendung mit der roten couch sie wissen auf der roten couch muss man die wahrheit sagen und darf man nicht lügen ich freue mich heute besonders einen lieben gast begrüßen zu dürfen meinen guten freund das austropop urgestein hat man überall lesen können und auch auf allen titelseiten von großen zeitungen boris bukowski wie geht's da gut wunderbar ja wir haben ja etwas gemeinsam wir haben am gleichen tag geburtstag nicht nur das sondern sondern wir sind auch vom chinesischen horoskop das gleiche und zwar nämlich hund hund da bist du wie gestern mit dem hund sein wie geht es mir mit dem hund sein was ist denn die eigenschaft im mund ich muss die ganze nacht das haus bewachen nein ich weiß es natürlich schon weil du hast mir das einmal gesagt ich kann mich erinnern das war ein falco memorial falco tribute im u4 und aus mir völlig unerklärlichen gründen wurde ich auch gefragt mit zu singen im chor wo ich ja kein sänger bin wie du weißt und da sind wir nebeneinander gestanden und da haben wir wie viele andere thomas rabitsch und und viele viele band mitglieder von falco und dann hast du noch gesagt hast du das gesagt mit dem mit dem mit dem hund ja wir haben es aber eigentlich haben wir gesagt wir machen ein großes geburtstagsfest zusammen mit wegen corona müssen wir das jetzt irgendwie dauernd verschieben du hattest aber einen schönen runden geburtstag ich habe lauter fake news also was man da so ließ über 75 das ist ja alles du bist doch viel jünger als ich oder diese news fake news stützen sich nur auf billiges papier so wie geburtsurkunde und so weiter außerdem sie glauben alles was im internet steht und das ist mir überhaupt schon verloren ja nein aber wir waren bei einem geburtstag von meiner wenig oder von uns beiden muss ich mal sagen waren wir kann ich mich erinnern ich weiß das ja nicht mehr beim wilfried ich kann mich gut erinnern ja es war sehr schön absolut und was hast du dafür erinnerungen er hat gekocht ja er war schon ein sehr markanter typ er ist für das eingestanden gnadenlos und dass er geglaubt hat und konnte auch grob sein aber in einer herzlichen art und ich erinnere mich an ihn als einen der ersten musikjournalisten in der steiermark noch da hat er eine seiten gehabt in einer der großen steirischen zeitungen und hat immer irrsinnig liebevoll über seine musikerkollegen geschrieben und hat sich echt bemüht darum das vorwärts zu bringen und uns auf ein podium zu heben das war großartig das habe ich gar nicht gewusst ja um kurz zu diesem abend noch mal zurück zu gehen der wilfried hat gekocht der wilfried war für alle die es nicht wissen ein großartiger koch und hatte in den letzten jahren die seine frau führt das ja noch immer weiter die vereinsmeierei glaube ich heißt das nach wie vor in pressbaum was sozusagen große offene küche war und dann ein da haben wir angeschaut fußball matches auf champions league und so weiter oder eben haben dort künstler gespielt und er hat dort gekocht ich bin darum gebeten dass man ein geburtstag und dann hast du dir aber zu meinem völligen unverständnis gewünscht dass ich das lied kokain singt mit dir genau ich meine ich kann ja gar nicht singen das muss man nur sprechen das ist ja ein lieb das dich begleitet wenn man so will es ist ein kult hit von dir ja wenn man so zurück schaut manchmal ist man sehr nahe am zeitgeist und manchmal ist man nicht so nahe wenn man zu nahe ist kann es passieren dass man ziemlich schnell dann ganz dass der zeitgeist schon längst woanders ist dann also und manchmal hat man das glück dass man etwas zeitloses macht und unter a paar sachen ist die gemacht habe ist kokain ein song der ned old wird der ist jetzt glaube ich 43 jahre alt aber man muss dazusagen wir sind ja hier auch in einem medium wo gott sei dank sehr viele junge zuschauer zu sehen kokain hat überhaupt nichts mit drogen zu tun also es ist kein drogen lied sondern eigentlich ein liebes liebes lieb ich löse es jetzt nicht auf sonst nehme ich den schmäh weg ich kann nur sagen es es zahlt sich aus hineinzuhören gibt es in verschiedenen versionen ich durfte für eine späte version dann auch einmal ein video mit dir drin aber nicht die ursprüngliche das war damit hatte nichts zu tun und das wurde ein hit schon in den frühen jahren ich habe ja vor vielen jahren bin ich vorgestellt worden bei einer film party vom bad sack der bad sagt immer während jedes films mehrere partys gemacht zu beginn der dreharbeiten dann das sogenannte berg fest wenn der film schon fast über den berg war und das abschluss fest und beim abschluss fest war der hauptdarsteller des nächsten films den er schon vorbereitet hat auch anwesend und wir sind einander vorgestellt worden das sage ich da gleich wir schütteln und so die hand und er sagt was buchowski das bist du echt also das habe ich mir ganz anders vorgestellt mit dem namen buchowski und mit dem titel kokain du schaust dir total gesund aus entschuldige konstantin sagt er ja ich habe auch auf meinem neuen album ein lied mit diesem titel ja so viel reimt sie nicht auf kokain vielleicht habe ich dir sogar die eine oder andere zeile gestohlen wie heißt es bei dir so genau bei mir heißt zum beispiel du bist wie kokain baust mich auf und machst mich hin sagt er ah na bei mir heißt es gott sei dank du bist wie kokain baust mich auf und bist doch mein ruin so das ist auch von mir pass auf wenn du meine zeile von mir braucht zum beispiel genug ist nie genug dann bedien dich konstantin wecker war das der konstantin wecker gut der hat mich viel mit kokain gemacht hat also der hat kokain nicht nur als liebes inspiration übrigens ein großer mann trotzdem und 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 ein ein philosoph und ein texter und der spielt demnächst wenn corona vorbei ist schon dreimal verschoben worden wieder in österreich und ich habe einmal einen film mit ihm machen dürfen ganz früh und die geschichte ist ja die dass er dann zum teil auch im gefängnis war und mit mit wahnsinnig viel kokain zu tun kann aber der hat sich da rappelt und hat sich neu erfunden toll du bist ja sozusagen ganz ganz früh in dieser szene schon in der steirischen szene begonnen wenn man das so soll man das eigentlich als schlagzeiger ja ursprünglich war ich schlagzeiger du wolltest der ginger baker ist von graz und umgebung werden das war einer meiner heroes ja genau kennen die jungen menschen nicht spielt in einer gruppe namens cream und ist einer der großen rock schlagzeiger entschuldige hab dich unterbrochen wie wie war deine anfang dass du gesagt dass musiker ich meine ich habe das einfach total gern gemacht und im rückblick muss ich sagen habe ich intuitiv das gemacht was schon konfuzius ohne dass ich das damals gewusst habe perfekt auf den punkt gebracht hat der hat gesagt wähle den beruf den du liebst und dann musst du keinen einzigen tag in deinem leben mehr arbeiten schön aber was man jetzt weil du sehr viel in der presse und den medien bist weiß ich weiß es natürlich seit ewigen zeiten du hast auch was studiert du war sozusagen hast einen einen bürgerlichen beruf sozusagen eigentlich war vorgezeichnet oder nein das war eher nur plan b also ich habe schon gewusst musik ist meins und dann habe ich gedacht aber aus der ostschleiermark kommend davon ausgehen dass man ganzes leben als rock drama bestreiten kann ist ein bisschen naiv also brauche ich wahrscheinlich einen plan b und mein vater war rechtsanwalt mein bruder hat auch jungen studiert gehabt habe mir gedacht ja mit dem könnte man möglichst lange vielleicht ein türchen offen halten falls gar nichts geht mit der musik und so war es dann auch und gott sei dank musste ich nicht auf den plan b zurückkommen das heißt du hast das nie ausgeübt sozusagen ich habe nicht einmal das gerichtsjahr gemacht aber du hast das fertig studiert ich habe zum doktor promoviert aber dann muss ich jetzt doktor zu professor also wenn es willst können wir uns jetzt über 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 nein das passt nicht zu uns aber toll irgendwie ich habe ja nichts fertig studiert ich habe alles angefangen meinem vater zuliebe juss da habe ich nur angeschrieben weil ich habe publizistik politikwissenschaft und dann natürlich später auch gasthörer bei filmakademie und so weiter und er gesagt was wirst du mit publizistik wirst du schon sagen nein papa das ist so ich beschäftige mich mit dem zeitungswesen und so und politik wirst du politiker sagen nein ich beschäftige mich sagt das ist was ich das für wenn du von mir unterstützung bist medizin oder juss ja gut however du steirische szene was man ja vor allem im osten österreichs ich habe ja sehr viele filme auch darüber gemacht und so weiter vergisst ist große impulse und wichtige impulse dessen was man austropop nennt aber auch außerhalb kann man ja aus dieser aus diesem humus der steirischen szene die dann eigentlich in ganz ganz österreich auch immer ausgestrahlt ist was sind da so deine erinnerungen an frühen dinge also die als studio gehabt wofür passiert ist und so weiter ganz am anfang waren das nur ein paar so oasen in der steiermark in fürstenfeld graz natürlich aber auch im nördlicheren in der nördlichen steiermark so das eichfeld zeltweg judendorf knittelfeld und so und mehrere andere da gab es ein paar nester sozusagen und die haben sich dann immer ausgetauscht und da sind dann immer neue konstellationen entstanden und ein geheimnis warum es dann irgendwann einmal wie eine welle über den semmering und über den wechsel doch geschwappt ist weil der wasserkopf wien hat das lange nichts zur kenntnis genommen dass es da diese nester in der steiermark in der provinz überhaupt gibt aber irgend und das ist ein kopf und ist nichts was mit geografie zu tun hat also das kann ich als weltreisender sagen es gibt so viel provinz in großen städten aber irgendwie mussten wir glaube ich länger warten bis man notiz von uns genommen hat und da ist uns nichts anderes überblieben entweder aufhören oder besser werden und wir haben mehr kämpfen müssen als andere und dementsprechend ist da dann so eine qualität mit so vielen namen entstanden und das ist dann immer ein paar oder auch unseren zusehern eben opus erv sts die wir aufgenommen haben in unserem studio auch erv viele andere werger und wie sie alle heißen wie es da kann wie es wie sie jetzt nicht alle aufzuhören weil sonst interessant ist wie viele haben schuldig unterbreche viele haben ja auch immer oft in anderen bands gespielt also sozusagen man denkt so ja die rv wenn man das so kennt da sind sie berühmt worden ja oder sts aber die sind durchaus sozusagen auch verbandelt gewesen in verschiedenen art und absolut ich habe zum beispiel nachdem ich zu studieren begonnen habe habe ich schon in einer band gespielt und da ist uns der gitarrist abhanden gekommen und ich habe gesagt du da ist er mit mir acht jahre im gymnasium in der gleichen klasse ein freund in der bank gesessen der guitar spielt der helmut röhrling ihr bin dann umgedauft durch einen blöden schmäh ist er zu dem spitznamen schiffkowitz gekommen du bist der der den schiffkowitz von sts zum schiffkowitz gemacht das muss jetzt ich muss jetzt erzählen wie passiert wie kam es zum namen so blöd es lief damals der schmäh sozusagen 1 1 schmäh muss skurriler und abartiger als der nächste sein und so wir sind auf der straßen gegangen oder stand der schild dachdecker schiffkowitz und ich sag zum bandleader du der röhrling schaut so aus als ob er schiffkowitz heißen würde blöder schmäh eigentlich und das ist ihm geblieben ja genau hat er gesagt und wurscht ich habe dann mit dem schiff zwei sommer lang in schweden in stockholm teller gewaschen und fenster geputzt und da ist auch eine lustige situation gewesen ich hab gesagt da sitzen manche in der gassen und spülen du hast ja gitarre dabei setzen wir uns einmal in die altstadt und singen wir und spielen wir und haben wir dann so eineinhalb stund vorwiegend beatles und rolling stone sachen gesungen und nach einerinhalb stund die den gitarre kofer weit geöffnet damit die vorbeigehenden aus begeisterung ihr portemonnaie hinein leeren können und nach einerinhalb stund haben wir dann geschaut was drinnen ist im gitarre kofer und da waren umgerechnet 90 cent und eine rote rose und da haben wir gewusst das ist unser beruf kreuzerchen verdient man vielleicht in anderen berufen auch aber rosen rote rosen vielleicht nur in dem einen ja was vielleicht auch eine dame die das reingeworfen hat was hat euch dann nach schweden verzarrt sozusagen man konnte damals als student viel verdienen und viele von uns haben sich da taschengeld für das ganze jahr erspart und deswegen sind wir hingefahren du hast ja auch ein buch geschrieben unter bunten hunden boris bukowski habe es natürlich gelesen wie kam es dazu dass du doch relativ spät in deiner karriere auch zum buchautor wurdest das ist einfach nur als sammlung der lustigsten anekdoten aus meinem musikerleben ich habe zum beispiel die biografie von von rovingstowns gitarristen keith richards gelesen und haben gedacht auf deutsch oder auf englisch ich glaube diesmal auf deutsch englisch ist sehr schwer und habe mir gedacht ich bin zwar nicht ansatzweise so berühmt wie er aber ich habe es mit sicherheit genauso lustig gehabt wie er glaube ich und ich schreibe das jetzt einmal und seit ein paar jahren habe ich eben neben den auftritten mit der band auch dieses duo programm mit meinem band gitarristen wir beide spielen e-gitar und dazwischen erzähle ich nicht lesen weil das ist wer zu fad und zu brav dazwischen erzähle ich so die haussten geschichten aus dem buch das sind so vorwiegend was ist ein highlight naja weil ich überrasche ich dich jetzt schuldig sind wir nicht vorbereitet aber du wirst ja wurscht ja eine ist zum beispiel ein voll besetztes taxi in köln links von mir mein promoter rechts von mir erwin bach der ehemann von tina turner war damals einer der unterchefs der deutschen plattenfirma ami und falco musste vorne sitzen wir wollten nach einem konzert wo es keine taxis gab ins gemeinsame hotel und mussten uns das taxi teilen der taxler haut sich einmal ziemlich scharf in die erste kurve sagt der falco junger maun heiße fracht dann dreht er sich zu uns um und sagt zum erwin bach sag einmal erwin weißt du eigentlich dass ich da am todessitz sitzt sagt erwin ach entschuldige falco ich dachte vorne ist es zu bequemer willst du mit mir tauschen sagt der falco na alter aber angenommen wir haben einen unfall zwei drittel von deiner heurigen umsätze sind im arsch er war natürlich ein sehr bezenter mensch unser freund hans hölzl hier liegen ja auch ein paar erinnerungsstücke oder stehen herum sozusagen hast du hast du wie hast du denn damals gesehen wenn er da so gemeinsam unterwegs ist wie ist er dir umgekommen so ich meine er hat er hat sich ein sehr schwierige kunstfigur zugelegt die er dann in der öffentlichkeit beibehalten musste sozusagen jeder wollte so sein wie er nämlich sie nichts scheißen und das war es nicht so dass man gesagt hat es ist der zucker schnucki und der liebste sondern er hat diese kunstfigur gnadenlos durchgezogen die hat natürlich arrogant gewirkt klar und er hat sich dann natürlich schwer dann weil er wollte wahrscheinlich der andere auch sein der echte hans hölzl viel hat vieles gemeinsam gehabt natürlich diese beiden figuren aber ich glaube im endeffekt hat er auch gelitten darunter oft er hat mir immer gesagt er hat sich diese figur also einerseits weil es eine antithese so die immer zu einem zeitpunkt wo alle lange haare gehabt haben ja irgendwie damals lässig daherkommen sind ist er der gelackte und die hart zurück also er war komplett anders als der trend gut das war einmal sehr gut aber er hat auch sozusagen das auch geschaffen um sich eine barriere und einen schutz zu zu schaffen nach außen das problem wie es oft ist im leben war alkohol und substanzen ja und er am anfang war er wenn der hans nichts trunken hat ja war der der lustigste was vielleicht selber der lustigste ein ein auf geweckter zeitgenosse belesen gescheit witzig der ganzen abend unterhalten können in dem moment wo er zum saufen war angefangen war er arschloch meistens immer öfter man da hat mir ja drehs geschmissen da sind hunderttausende von dem mark an einem abend weg gewesen und ich habe das dann so gelöst dass ich gesagt habe es gibt den hans hölzl das ist mein haberer und es gibt den fallgott der ist halt manchmal ein arschloch es ist wirklich nicht anders gegangen nächsten tag war es dann oder ruft er an und sagt wenn muss ich auch rufen wo muss ich mich entschuldigen welchen damen muss ich blumen schicken wirklich er wusste ja auch nicht mehr was er getan hat naja gut du hast es aber ist nicht gut umschifft du warst sozusagen bei vielen phasen dabei auch auch als treibende kraft kann mich zum beispiel erinnern an die band magic die ja auch eine 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 kult band das das austropop war da bist du aber relativ zufällig zum zum gesangs job gekommen oder wir hatten damals ein albumvertrag in wien bei einer plattenfirma und der chef damals war ein franzose dominique dauphin meunier und wir haben genug budget naja fast genug budget bekommen um in einem der besten studios in münchen aufzunehmen mussten aber in drei etappen aufnehmen und dazwischen immer wieder dem plattenchef berichten und bei der zweiten studiosession ein paar tage jeweils haben wir zwar alle playbacks fertig gehabt aber es waren drei songs noch nicht besungen und wir hatten aber nur mehr dreiviertelstunde studiozeit übrig und wir haben gewusst wir können die nie mehr in der zeit können wir die drei songs unmöglich professionell einsingen und wir hatten auch damals das problem unser sänger war der einzige der nicht als student von seinen eltern gesponsert wurde und ausgehalten wurde und der wusste nicht wovon er leben soll und hat schon vor den aufnahmen gesagt ja es gibt eine band die würde mir einen monats fix umzahlen weil ihr habt alle finanziert von den eltern aber was soll ich machen wir haben damals gesagt na um gottes willen denn dürfen wir nicht verlieren wir zahlen dir das auch ohne zu wissen wovon wir das jemals beraubten hätten können auf jeden fall während der aufnahmen haben wir gesagt also professionell kann man das nicht mehr besingen aber die drei nummern sind zufällig von mir ich weiß den text in und auswendig ich kann das schnell einmal notieren und dann kann man das dem plattenchef vorstellen ein demo genau ein demo weil von einem playboy kann das ich gar nichts da plattenchefs können sie prinzipiell ganz wenig vorgestellt das ist eine platte herrschef hört man sich heutzutage haben wir streaming und alles digital wir spielen das in wien vor und der sagt aber da sind ja doch zwei verschiedene leute ja ja der eine hat es nur notiert und der andere wird dann alles einsingen professionell bei der nächsten session ja aber mir gefällt der ausdruck von dem einen der die drei nummern singt besser ich möchte dass der das album singt und das war da ist das sänger aus irrtum und das zeitnot unglaublich und wenn man bedenkt der andere war ja nicht niemand das war ein sänger mit einer fantastischen stimme nämlich günther timischl der nachher bei sts berühmt geworden ist verstehe und der günther hat sich ein bisschen in die tischkante gebissen oder 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 da hat sich total gefreut weil es ist sie alles ausgegangen keiner hat ein problem gehabt er hat ein monatliches fix umgekriegt und konnte endlich als musiker hauptberuflich arbeiten aber das ist das was ich gemeint habe die steirer szene vielleicht viel mehr als die wiener szene sozusagen haben immer wieder miteinander kooperiert und waren weniger konkurrenz finde ich als es in als es in wien war oder siehst du das also ja jetzt lebst du ja in wien ist ja kein geheimnis oder hauptsächlich in wien schon seit 33 jahren ja mei aber du bist nicht mehr in der gut aus den in der steirmer garland klebt aber sozusagen jetzt bist du hierher gezogen aber das ist doch eine ein unterschied zwischen wien und graz finde ich aber gerade in dem metier schätzt man den anderen denn man kommt nicht weiter indem man sagt die anderen sind eh lauter trotteln die nix keinen da lernt man nichts dabei aber das habe ich ein bisschen von thomas spitzer von der ea v gelernt der hat sie ein genie in meinen augen absolut der hat sich von jedem daran gemessen was der am besten macht und dann muss sogar einer wie er manchmal sagen aha okay der macht es besser als sie ja der thomas spitzer ist in meinen augen also es gibt ein paar leute die wirklich als genie betrachte und er ist ein lieber freund verrückter und ein genie keine frage absolut ja ich habe auch große sympathien immer wieder zu der dieser graz und steirers den über zeitlang dort ein filmfestival gemacht für graz und steiermark rocking movies sieben jahre lang immer im landhaus hof da sind ja auch alle immer wieder gekommen aber kehren wir doch zurück ein bisschen auch zur gegenwart um ein bisschen zu springen was ist denn irgendetwas was dich im augenblick aufregt oder ärgert oder dir am geist geht muss gar nicht musikalisch sein was ärgert also ich bin ein politisch sehr interessierter mensch und 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 ohne mich jetzt zu engagieren aber aber das ist natürlich das geht uns alle total an und und ich habe irrsinnige sorge dass es immer mehr wird dass menschen nicht mehr zwischen fake news und seriösen quellen unterscheiden können und das ist absolute katastrophe denn wenn du dich nicht mehr auf eine gemeinsame wahrheit einigen kannst ist die demokratie kaputt ich habe das ja ein ganzes jahr und wenn du weißt ein ganzes jahr durchgehend in amerika lebt so seit 20 jahren sehr viel in amerika wie ich das dort erlebt und dachte mir eigentlich immer mein gott in meinem österreich ist es anders und jetzt bin ich zurückkommen und ich habe gesagt die dummheit ist kein amerikanisches priviläge ja es ist wirklich so dass das hat auch so social media einen gewissen ansatz dass ich ja sehr gut finde in vielen dingen du bist ja seit vielen jahren aktiv und so weiter ich kann mich erinnern wie der facebook freund werden wollte warst du warst du voll mit den 5000 und ist nicht gegangen weil ich so spät dran war aber das ist ein ernsthaftes problem wo wo die leute einfach das stinkt nicht und sorgen da auf alles was anderes und das ist nicht mehr eine randschicht der bildungsfernsten sondern das greift weit weit weiter viel weiter ja es was siehst du dafür für 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 möglichkeiten außer sozusagen wir wollen nicht nur depressiv jetzt sagen gottes willen was kann man da tun ich glaube das einzige was man tun kann dazu sind die regierungen die jetzt vom virus gepeitscht werden und zeitlich nicht in der lage für mich kann man nur ansetzen bei kindern politische bildung medienkompetenz welchem medium kann ich warum vertrauen wie arbeiten medien warum ist es ein blödsinn dass alle von oben gekauft sein sollen da muss man wissen wie die funktionieren dann was was wie das laufen kann natürlich ist geld schon jedes medium wie erfolgreich sein aber aber dass die medien alle zusammengeschaltet und von oben gesteuert sind es einfach kompletter unsinn was sind diese diese verschwörungstheorien ja sie können gar nicht absurd genug sein dass leute das glauben und ich habe mich sehr lange mit stefan usowitski unterhalten wie zurückkommen aus amerika und der hat mir die augen geöffnet weil ich habe also aus erster hand aus amerika berichtet wo ja die leute glauben irgendwie kleine kinder werden geschlachtet und das blut wird getrunken nur weil die anderen die in der demokratischen partei sind die anderen in der republikanischen aber wir sind ja hier gott dank bei einer sehr unabhängigen zeitung der gröner zeitung wo man da sozusagen aber es ist einfach so wie du richtig sagst gewisse dinge werden in einen topf geworfen und nicht mehr es wird immer mehr differenziert ja wenn man sagt lügenpresse alle die gegen das schreiben sozusagen naja gut aber trotzdem ich finde auch koschen aufmachen mund aufmachen darüber reden sich zu wärmer zu setzen nicht klein bei geben also zu sagen auch wenn man sich damit da und dort in den esslern sei schon in amerika ich bin ich bin wieder was der begeisterter taucher und da gibt es einen sehr tollen tauchtrieb den immer machen mit einem boot und da kommt der besitzer mit einem karpel und da steht drauf make america greater than trump ja und das ist ein toller typ ja ein geiler taucher der mit mir runter geht auf 30 meter und die und die haie und ich sage so zu ihrem das ist aber spaß oder und er sagt na na das ist ernst und erzählt mir dass da nicht nur das der hat nicht immer mehr auf das tauchschiff lassen das nächste mal wenn ich gebucht habe hat er gesagt nein du nicht wirklich wahr ja und dann habe ich mir dachte okay was ist jetzt die alternative ich halt immer den mund und sage meine meinung nicht oder was das ist das ist das beeinflusst dein leben und dann denkst du immer okay amerika ja und jetzt komme in mein wien und in mein österreich zurück wie gesagt du was sind im augenblick deine pläne woran arbeitest du wie nützt du auch den lockdown ich meine ich habe gesehen du bist sehr aktiv sportlich was ich sehr gut finde ich habe mir überlegt zu beginn des lockdown ich möchte am ende nicht als uralter mann aus dem tunnel herauskommen 45 oder so schlanker bist auf jeden fall und ich habe mir gedacht ich schaue dass ich mich möglichst gesund heute mit bewegt und das hat nicht nur den vorteil dass ich mich für ziemlich fit heute sondern dass ich psychisch den lockdown besser aushalt man das ist ja nicht lustig das ganze ich habe das glück dass sie keine wirtschaftlichen sorgen habe wie viele andere musiker und das ist ziemlich arg denn gerade im anführungszeichen musikland österreich gibt es irrsich viele aus der allerersten reihe die leider nicht einmal vorweisen können dass sie pro jahr so und so viel verdient haben und dadurch sozusagen eine hilfe in anspruch nehmen können sie können das nicht vorweisen weil weil sie in prekären verhältnissen leben und da gehören hervorragende musiker dazu und das tut mir total laut bei mir war das gott sei dank also was du damit meinst ist dass sie kein zu keine förderungen genau kommen und da übte hollin letzte durchfall so ist es nicht auch sehr viel der staat fragt natürlich wie kannst du haben sie tatsächlich als musiker die letzten jahre gearbeitet weil sonst hätten wahrscheinlich fünf millionen kommen ich war eigentlich immer schon musiker das ist nun mal so aber das ist sehr sehr arg und ich weiß zwar nicht wie man das lösen könnte dass musiker wieder einfach mal die kultur und die und als österreich als kulturland ernster nimmt ja so ist ein skandal dass wir dass wir mehr darüber reden obwohl bitte lieber liebe skilifte und liebe mehr bürgermeister in tirol geht dass wir mehr darüber reden ob die skilifte offen sind als dass wir darüber reden dass die kultur offen ist weil das ist brot fürs hirn ja wenn wir daheim sitzen und vertrocknen und die ganze infrastruktur kaputt geht wie du weißt sind das ja nicht nur musiker tontechniker studios absolut veranstalter etc ich weiß noch nicht wie es gehen könnte sozusagen über jeden dankbar der das lösen kann ich hätte ich hätte ich hätte am anfang mal ins wörterbuch geschaut was heißt pandemie und dann war drauf gekommen dass wenn es im februar märz anfängt dass im sommer nicht aus ist man hätte einen fünf jahres plan gemacht und dann hätte jeden österreicher ein geld bezahlt ja sozusagen und hätte gesagt so und hätte jeden jedes restaurant es zu macht und das wird am endeffekt billiger sein ich werde das wenn wir nach fünf oder zehn jahren zusammenrechnen und 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 dann hätte ich gescheite lockdowns gemacht wo man das eindämmen schau dir an asiatische länder dieses vormachen und nicht nur china die keine demokratie sind aber bitte nachher kann man immer gescheit reden das war sie schon aber dass das problem der der des fixen einkommens wird auch durch die umschwälzung der 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 beschäftigungs dinge uns und nicht erspart bleiben früher oder später das sagen philosophe und ökonomien das glaube ich auch aber das ist halt einer zukunftsmusik allgemein transfer und das ist ein sehr radikaler schritt der möglicherweise nicht durchsetzbar ist demokratie nur einen totalen lockdown für drei jahre naja nicht für drei jahre am gottes willen sozusagen das heißt schau doch an australien ich habe mitarbeiterin die ist in melbourne da war das tennis match da waren 30.000 leute warum da war einer infiziert und die haben die ganze stadt zugemacht für drei tag bis sie gewusst haben mit wem der allen kontakt hat und alle isoliert haben ist aufwendig ja aber bitte du wie gesagt ich will jetzt nicht als ober gescheiter daherkommen und du sollst reden entschuldige bitte naja ich habe nur groß ich muss mich möglichst viel bewegen was ich auch gern tue und habe das wirklich gemacht und jetzt ich tue gerne mountainbike fahren da bis am berg rau das ist ein mountain hügel 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 und ansonsten paddeln tust du da hin? Ja. Das ist riesig schwer. Ich habe mir das angeschaut, wie schaffst du das, dass du das nicht so, du stehst auf irgendein Ding? Wie heißt denn das? Stand-Up Paddling. Okay, wunderbar. Nein, das ist toll, das ist super. Voller dich zehnmal rein, bevor ich mal auf dem Weg stehe. Ich habe zuerst dreimal reingehaut und das war's. Wirklich? Ja, und dann, wie es geheilt worden ist, habe ich mir gedacht, in der Nähe meines Geburtstags, Ende Jänner, bin ich draufgekommen und habe mir gedacht, wieso kann man das nicht im Winter auch machen? Googelt, ja, Trockenanzüge. Super. Jetzt haben wir uns Trockenanzüge gekauft und haben gleich einmal Seitenblick, ich wollte das haben. Ja, da habe ich das gesehen. Und beim Drehen war ich ja nur fünf Minuten im Wasser. Und dann haben wir gesagt, aber ein paar Tage später machen wir das ordentlich, wieder einmal eine halbe Stunde, wenigstens zum ersten Mal. Und ich habe dann am Abend vorher meinen Nachbarn gesprochen und da hat mir gesagt, ihn hat sie mal mit dem Trockenanzug eingehaut, ins Eiswasser. Weil das hatte dann drei Grad oder so. Und ihm ist das Eiswasser in die Ohren geschossen, weil er keine gescheite Hauben aufgehabt hat. Und er war minutenlang ohne Orientierung und ohne Gleichgewichtssinn. Da habe ich mir gedacht, na servus, da habe ich aber schon schießt und so. Und beim Anlegen nach einer halben Stunde habe ich mich so Bordschot verhalten, auf einmal clash und ich fliege wirklich rein. Und? Und habe ich zuerst total das Entsetzen und habe mir gedacht, Jesus Maria, was ist denn jetzt? Getaubert nach ein paar Sekunden, aber der Kälteschock ist ausgeblieben. Aha, okay. Aber mein Bord haut ab. Nachgeschwommen, Bordsdruck. In der Köln, im kalten Wasser. Ja, ja. Aber das war total cool. Das war easy. Wenn du richtig angesagt bist, ist das kein Thema. Ich war am Erlaufsee unlängst, schon im Winter. Und da sind wir im Wald spazieren gegangen, bergauf, also ordentlich, ordentliche Strecke, drei Stunden. Und nachher ist einer in diesen eiskalten See reingegangen. Also das schaffe ich nicht. Und der hat mir erzählt, wenn man da drinnen ist, dann geht das Blut angeblich zu den wichtigen Organen. Also von den Händen und Beinen. Welche senden das bei dem Mann? Du, da müsstest du mir jetzt helfen. Ich habe nicht Medizin studiert. Oder sagen wir bei den meisten Mann. Nein, aber auf jeden Fall sagt er, wenn das aber dann wieder zurückkehrt, weil man denkt, der Körper glaubt, es ist ihm der Schock. Er muss jetzt irgendwie die lebenswichtigen Organe retten. Und wenn er dann der Körper offenbar merkt, sozusagen, es ist eh alles, dann kommt das zurück und das sei ein irrsinnig geiles Gefühl. Und man hätte dann in dem kalten Wasser ein Wärmegefühl. Habe ich gesagt, wie lange dauert das? Sagt er eine halbe Stunde. Sag ich, bist du deppert. Eine halbe Stunde im kalten Wasser. Dann bringt mich niemand eine. Aber kaltes Wasser ist natürlich auch beim Tauchen. Du, was noch sozusagen? Und was magst du die ganze Zeit? Naja, man erhofft sich von einem Musiker, dass er im Lockdown Muse genug hat, an neuen Meisterwerken zu arbeiten. Bei mir war es so, der Sohn meiner Frau geht gerade in die dritte Gymnasium und ich war die meiste Zeit verdonnert zum Homeschooling-Oberlehrer. Gottes Willen. Das heißt, du hast mit einem Hausimmun gemacht und so Dinge. Ja. Und? Alter, das ist nicht schwer? Ich konnte noch alles. Wirklich? Ja, in allen Fächern konnte ich noch alles. Aber die Geduld ist nicht mehr auf meiner Seite. Du bist doch so ein ruhiger, geduldiger Mensch. Ich bin der Hektiker. Du bist doch immer der. Du hast ja mit 13 Sancho in der Pubertät und da gilt natürlich als oberste Vorgabe, wie kann ich den Lehrer bescheißen? Das muss aber auch so sein, angeblich. Für einen gesunden Buben. Das habe ich bei meinem 14-Jährigen auch schon gemerkt. Wie er den Papa, wenn es geht, nimmt. Du weißt ja, meine beiden wunderbaren Söhne sind 17 und 14. Das 17-Jährige ist ganz toll unterwegs. Beide sind ganz toll unterwegs. Auch in der Schule, wie meine ich jetzt. Der hat das heraus. Beim Benni, beim 14-Jährigen, da muss man auch ein bisschen unterstützen. Sie sind ganz unterschiedlich durch die Pubertät gegangen. Das ist ganz interessant. Zwei Söhne und dann denkst du dann nach dem Ersten, jetzt habe ich es heraus. Und dann ist beim Zweiten ganz anders. Das ist faszinierend. Es ist aber faszinierend, dass zwei Kinder von gleichem Mama und Papa sozusagen mit dem gleichen Gen und sonstigem Material, dass die sich ganz anders entwickeln. Das ist auch faszinierend. Das ist überhaupt das Beste, was ich gemacht habe, meine beiden Buben. Du, einmal durfte ich ja auch sozusagen, also das erste Video, das wir zusammen gemacht haben. Kannst du dich daran machen? Eine blöde Frage. Im Studio. Bitte? Nein, das erste offizielle. Ach so, okay. Trag meine Liebe wie deinen Mantel. Meine Liebe wie deinen Mantel. Mit dem ganz wenigen Budget. Es wurde ein Nummer 1. Die Bautenfirma hat geschrien. Aber das war, dass es zu viel war, Für dich war es natürlich wahrscheinlich. Nein, bitte, sprich. Ich kann mich erinnern. Nein, ich weiß jetzt nicht mehr. Es war wirklich nicht sehr viel. Den Künstlern gegenüber sagen es wahrscheinlich immer, so viel. Also ich kann das sagen, es war auch für die österreichischen Verhältnisse, nicht so, weil das macht nichts, weil die Kreatividee, die glaube ich, gut funktioniert hat, war, ich habe damals mit Super 8 Film gedreht, wenn du dich erinnerst, das diesen körnigen Effekt hatte und dadurch war das irrsinnig arty und künstlerisch und so weiter. Und wir haben sich in einem Club gedreht. Weißt du noch wo? Wo haben wir das dran? Warte mal, im P1. Im P1? Im P1. In irgendeinem Club in der Stadt, hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Du hast deine Mörder-Performance dort abgeliefert. Ich habe nur gesehen, dass ich saublöd anzogen war und eine schreckliche Frisur hatte. Na geh. Und, man muss dazu sagen, es ist Nummer 1 geworden. Es ist ein Nummer 1 in den Charts gewesen und war ein Riesen-Hit in Österreich. So gesehen hat ja alles geklappt. Muss ja die Plottenfirma nachher zufrieden gewesen sein, oder? Ja, sicher. Nein, in Graz war was anderes. In Graz war, da werde ich mich ewig erinnern, da hast du gesagt, Fritze mit der Spritze, glaube ich, richtig? Genau. Ja. Ja? Ja? Bumm, ist schon sehr lang her. Und zwar hast du da dich in... Ich habe gewusst, du kommst. Wir haben nicht ewig Zeit. Es zahlt sich nicht aus, die ganze Band einzuladen. Wie machen wir das minimalistisch? Wie können wir das machen? Und dann habe ich gewusst, aber es gibt ein kleines Stück Solo. Also das heißt, wenn ich jetzt ohne Band komme, wer ist denn dann im Bild? Oder wenn ich, was soll ich dort 30 Sekunden... Ja, der Dur-Sex-Symbol hätte ich natürlich ein bisschen schon arbeiten können. Beim Fritze unmöglich. Ah, ist das eine ganz andere Nummer. Das ist eine Erzählgeschichte. Ja, Entschuldige. Ja, ja. Und ich habe mir gedacht, ich kann nur... Es ist undenkbar, dass jetzt ein Solist ins Bild kommt, der vorher nicht zu sehen war, oder was. Das ist ja Blödsinn, das passt nicht. Vielleicht gelingt es mir irgendwie einen aberwitzigen Ausdruck, den man kaum deuten kann, oder irgendwie, wo man sagt, was ist denn das jetzt? Wie hat er das gemacht? Genau. Damals gab es ja gar keine Schmäh, weder digitale Nachbearbeitung, gar nichts. Auf vielen haben wir das nachgedreht. Genau. Und ich habe mir die Skischuhe anzogen, haben mir die Ski angeschnallt und habe dir gesagt, filme mich ab dem Knöchel. Und wie das Solo anfängt, halte ich mir die Hände vor das Gesicht und neige mich immer weiter nach vor, immer weiter nach vor. Und da denke ich mir so, hey, was ist denn jetzt? Wieso fällt denn der nicht um? Was ist denn jetzt? Und das hat einen seltsamen Eindruck und das hat super gepasst. Und in einer Einstellung, ja? Ja, genau. Ohne Schnitt, das ist dann ein Schmäh. Du stehst ganz normal dort und singst das und plötzlich, und dann denkst du, jetzt kann aber eigentlich nimmer mehr, das geht ja gar nicht. Ja, rein von der Physis, von der Schwerkraft. Das war geil, war deine Idee? War deine Idee? Ja, haben wir irgendwie gut hingegangen. Wie hieß dieses Studio? Magic Sound Studio. Ja, und wo war das in Graz? Das war in Graz, dort, wo heute das Augarten Hotel steht, im Eigentum vom Rheinfahrer Helmut Marko. Und wir haben den Keller, den großen Keller gehabt. Und wie lange hast du das betrieben ungefähr? Du hast aber noch einen Partner gehabt, oder? Ja, Andi Beitz, der Magic Keyboarder. Und der hat das immer noch, musste aber übersiedeln, weil eben da den Hotel gebaut worden ist. Verstehe. Was ist denn da alles so passiert in dem Studio, wenn du dich so erinnerst? Es sind nach und nach, wie man so... Also in der Zeit des Austropop, damals mal so die Frühphase Steirer Szene und so. Wir haben für das zweite ERV-Album ein paar Songs aufgenommen. Wir haben das erste SDS-Album aufgenommen. Dann kamen Leute aus Wien auch zum Beispiel. Peter Weibels Hotel Morphila-Orchester. Gott, da gibt es einen Song drauf. Sex in der Nacht. Sex in der Stadt. Sex in der Stadt. Den Sängen haben es bei uns aufgenommen. Bis zu dem. Und ich bin total gelegen, weil normalerweise hat ein Sänger sein Textblatt auf dem Pult neben sich. Und der Peter Weibel hat aber eine Kronenzeitung auf dem Stativ gehabt. Und hat sie bei den damaligen unzähligen Sex-Annoncen so 15, 20 eingeringelt gehabt und hat die vorgesagt. Das war der Text, das Sons noch mal ließen. Billig, mollig, willig. Sex. Öffne nackt. Turmburgasse. Öffne nackt. Christina und Susi. Früher 5, 21, 16, 70. Jetzt. Das war der Text, dieses Sons. Sex in der Stadt ist, was keiner hat. Sex in der Stadt ist, was keiner hat. Großartig. Und ich bin gelegen von Peter Weibel. Peter Weibel, eine Kunstikone, ich glaube sogar Leiter der Medienuniversität in Karlsruhe. Ich muss dazu sagen, Peter Weibel, der eine Platte gemacht hat, aber eigentlich ein Gesamtkünstler, Walli-Export, Filmemacher, Kunst-Experte, Professor von allem Möglichen. Ja, aber das war ein Hammer. Ja, ich bin gelegen. Es war wirklich großartig. Na, und auf diesem Schalter-Label, was damals, wenn ich mich recht erinnere, ja, der Eberhard Forcher an Ö3 und der Rudi Nemetschek von Minisex und vielleicht waren noch ein paar dabei, haben da eben so schräge Dinge gemacht, wie Edek Parts. Was zählt, das liegt dazwischen. Was dazwischen liegt, das zählt. Und solche Sachen, die ganz schräg waren. Also keine reguläre Plattenfirma. Bisschen so nach Punk war das und nach New Wave, aber halt mit mehr Essenz, finde ich. Ah, das ist bei dir entstanden. Das ist Pop-History. Also das ist ein Wahnsinn. Ich habe den immer gerne interviewt, aber das Problem mit dem Peter Weibel und ich liebe ihn heiß und verehre ihn und ist ein wahnsinnig toller, gescheiter Mensch, der hat so schnell geredet. Findest du nicht? Ja, und zwar... Auch ein On-Camera. Ja. Also ich rede viel, aber der red schnell. Und es kaum mitkommt, so was er sagt, der überholt sich dreimal. Er kann alles so fantastisch begründen, warum künstlerisch etwas so sein muss und so. Er ist großartig. Und dann sozusagen ist natürlich, nachdem die Grazer oder steirische Szene natürlich dann auch Wien erobert hat, ERV, STS, Opus, also Opus-Welthit, ich habe gerade telefoniert mit dem Ewald gestern eigentlich, der wird auch kommen auf die rote Couch. Ja, cool. Ich habe demnächst im Sommer zwei Geeks im Rahmen ihrer Abschiedstournee, wo ich als Gast dabei bin. Ja, super. Und macht ihr das was miteinander? Ja, klar. Also miteinander, sie spielen, ich singe. Aber ich meine, du sozusagen Opus und Friends in... Ja. ...sozusagen... Genau, ich singe drei Nummern. Ja, geil. Naja, das ist das, was ich meine, die steirische Szene, die immer sozusagen auch freundschaftlich verbunden ist. Ja, schade, dass die aufhören irgendwie, ne? Absolut, ja. Aber eigentlich auch irgendwie wieder gescheit, oder ich weiß nicht, ja? Ich weiß nicht, vielleicht machen sie es ja, wie ein paar große Bands, die haben, glaube ich, drei oder vier Abschiedstournee gemacht, die Huh, wenn ich mir recht erinnere. Schauen wir mal, es geht, glaube ich, um die Gesundheit vom Herwig. Ach so. Ja. Aha. Das wusste ich nicht, aber ich habe mir gedacht, gut, das ist ein Zeitpunkt. Na gut, der Ewald hat ja auch Sunny-Pfleger, als Sunny-Pfleger auch teilweise Solo-Geschichten, also Musik werden die weitermachen. Was sind deine konkreten Pläne? Vier Konzerte wurden natürlich abgesagt. Wann wird was nachgeholt? Wann, glaubst du, wird es wieder losgehen? Ich habe meinen ersten Kick, ich glaube, jetzt Ende April oder Anfang Mai in Klagenfurt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ausgehen wird mit den Corona-Maßnahmen. Ich glaube, im Sommer wird es easier werden. Da bin ich eingeladen, unter anderem ein Open Air mit der Band in Linz oder zum Beispiel beim 50-Jahre-Jubiläum des ersten österreichischen Rock-Open-Air in Poppendorf bei Feldbach. Das war sozusagen die österreichische Antwort auf Wurztag. Feldbach in der Steiermark, da wollte ich nie wieder hin. Wieso? Um Gottes willen. Feldbach in der Steiermark, dort wo die ERV ist nicht lang, dort wo auch der Thomas Spitzer lang gewohnt hat, wenn er nicht immer noch wohnt, wenn er in der Steiermark... Ein Hotelzimmer hat er dort. Aber nein, inzwischen hat er sogar ein eigenes Haus. Ja. Wüsste Geschichte hören? Ja, klar. Hat aber nichts mit Boris Bukowski zu tun. Nein, Entschuldige. Ich habe ja mit meinem Partner Rossacher sehr viele ERV-Videos gemacht und dort haben wir einen Doppelschlag gemacht von zwei Videos. Ich mache es ganz kurz und das haben immer ganz liebe und ganz tolle Leute auch dort die Bauten und die Kostüme gemacht und wir kamen dorthin, haben am nächsten Tag zu drehen gehabt und es war nichts fertig. Also es wurde gerade begonnen. Ja, also wir haben... Du, wir haben morgen... So, so war das. Und dann gab es beim Chai Dai, das ist ein Gasthof oder Hotel. Der Billy. Ja, sozusagen dort musste ich wohnen. Hat er als Spitzer bestimmt, wo er, glaube ich, auch gewohnt hat. Und dann habe ich dort sozusagen eingeflößt bekommen den vermutlich höchstprozentigen Schnaps, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Ich weiß jetzt nicht, du warst nachher an 100 Prozent, alles, was halt die Röhre, die Speiseröhre noch... Also wirklich ist er nicht arg. Und er hat gesagt, das musst du und so. Und ich damals... Weißt du, jetzt habe ich ja über 400 Tage keinen Tropfen Alkohol. Du hast dann mal geschrieben auf Facebook, wie ich gesagt habe, da habe ich geschrieben, so und so viele Tage Run Rudy Run, so und so viele Tage keinen Tropfen Alkohol und dann hast du geschrieben und bald heilig gesprochen. Oder sowas, gell? Auf jeden Fall, jetzt mache ich so zumindest eine lange Pause. Naja, um es kurz zu sagen, ich war jenseits und bin vor dem Chai Dai aufgefunden worden, wo ich bei einem Kanalgitter versucht habe, Karpfen zu fischen. So angesoffen war ich. Und habe immer gesagt, die Karpfen kommen, die Karpfen kommen. Nur wie kriege ich es durchs Gitter? Das war mein Problem. Also jenseits von Karpfen. Dann habe ich gesagt, nie wieder Feldbach, nein, war Spaß natürlich. Was ist... Dort war das Woodstock, nicht? Ja, genau. Und bis jetzt haben wir, glaube ich, so 13 Gigs ausgemacht. Ich hoffe, dass die meisten davon gespielt werden können. Und im Herbst, glaube ich, dass das dann wieder gehen wird. Und wie gesagt, was in den letzten zwei Jahren irgendwie wirklich so hochgegangen ist, sind eben diese Duo-Gigs. Weil die Leute waren zuerst zögerlich und haben sich nicht vorstellen können, dass der Bukowski ein Schmäh drauf haben kann. Der hat immer so ernste Sachen wie Fritze mit der Spritze gesungen. Aber das ist jetzt so in die Höhe gegangen. Und da habe ich jetzt erst vor dem letzten Lockdown einen Update Teil 2 gemacht, der schon dort gelaufen ist, wo man den Teil 1 schon über ungefähr 100 Konzerte jetzt schon gespielt hat in dem Programm. Und was ich jetzt im Lockdown schon machen konnte, ist auf meinen Spazierwegen, im Schnellschritt, auf dem Pisernberg und Abwe ein Anekdoten-Update auf Teil 3. Und bevor ich dann daheim wieder gewollt worden bin mit Homeschooling. Also du erzählst Geschichten und spielst dann auch mit einem Gitarristen Musik dazwischen. Ja, mache ich ein Best-of. Ein Best-of. Das klingt sehr interessant. Ja, und was ich noch vorhabe, warum ich mich bemühe, sozusagen, ich hätte noch gerne einen Titel auf meinen alten Tag. Und zwar mit diesem Programm vielleicht kriege ich ihn noch als gedichtlich beneideter Lachverständiger. Ja, ich meine, eines muss man vielleicht noch sagen oder möchte ich gerne sagen, diese, das ist ja auch noch Vinyl, also geil, wie ich finde, die Platte, das ist die letzte, glaube ich, die vorausgekommen ist. Boris Bukowski, gibt es ein Leben vor dem Tod? Fragezeichen. Was meinst du? Sehr schöne mit der Handschrift. Was meinst du? Gibt es eins? Ich habe mich ja immer gewundert, warum die meisten Leute fragen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Weil viel neu liegender ist eigentlich, ob es vorher noch eins gibt. Und da muss man natürlich ein bisschen was machen. Wir Menschen haben irgendwie die Angewohnheit, uns immer mehr zu versichern und rückversichern, bis wir am Ende dann möglicherweise gegen das Leben versichert sind, wenn wir uns gar nichts mehr trauen, sich nicht einlassen in andere Menschen, sich keiner, auch nur scheinbarer Gefahren aussetzen wollen. Wie zum Beispiel zu meinem 70er, bin ich noch einmal aus 4.300 Meter im Tandem abgesprungen. Wow. Solche Dinge muss man zwischendurch machen, sonst versteinert man vor dem Fernseher. Wow, wie ist das? Du meinst jetzt mit Fallschirm, nicht? Ja. Ich bin nicht ohne Fallschirm. Nein. Mein Sohn will das von mir. Oh, Mann, vergessen. Mein Sohn will das von mir. Der Rubi hat sich das gewünscht und in einem Anflug, da habe ich noch ein bisschen Rotwein drücken, habe ich gesagt, ja, ja, selbstverständlich. Dann habe ich mir das so angeschaut. Wie ist das? Bitte erzähl. Ich habe es zum 45er schon einmal gemacht und da bin ich aber nur aus 3.000 Meter gesprungen und das Flugzeug damals war wahrscheinlich nicht so modern wie in diesen Tagen, hat lang gebraucht, bis das nach oben sich geschraubt hat. Und somit war jetzt der Höhenunterschied nicht so abrupt wie dieses Mal. Wir waren das erste Mal vor 25 Jahren, waren wir in einer halben Stunde erst oben und diesmal, glaube ich, in 10 Minuten oder ganz schnell jedenfalls. Jedenfalls habe ich so eine Art und noch höher, um 1.300 Meter, ich habe so eine Art Höhenkrankheit gehabt. Das heißt, wie wir dann oben waren und die Höhe erreicht haben, haben sie einmal die Tiere aufgemacht. Und da stinkst du einmal so nach Kerosin rein und so habe ich gesagt, äh, pff, uh. Und dann, es hat einen Vorteil. Man muss nicht mutig sein, denn der Tandemeister, an dem du mit Karabinen festgeschnallt bist, der hinter dir ist, sagt... Mit dem du ausgehobst. Genau. Der sagt, du, seh dich mal hin und lass ruhig mal die Haxen ausgehängen. Immer, die Haxen ausgehängen, okay. Scheiße, ja. Und wie ist das, wenn ich jetzt da runterhupfe, oder wie ist es mit der hintere Flügel oder irgendwas? Na, seh auch was. Und dann stinkt das Kerosin und so. Und der Höhenunterschied ist abrupt. Und beim Ausgehupfen natürlich noch mal enorm. Weil du fährst sozusagen mal im Freidenfall mit 180, 200 Kilometer pro Stunde. Und dann auf einmal, fliegst du natürlich zuerst, der Vorteil ist, du musst die Entscheidung nicht selber treffen, weil dann der Tandemeister stößt dir aus. Und dann fliegst du einmal im Kopf über als erstes und dann trafst du und so, aber der kann das sofort, dass nach ein paar Sekunden, allerdings in rasender Geschwindigkeit, du dann senkrecht hinunterfällst. Wie lange fliegst du ohne Fallschirm ungefähr? Das kann nicht lang sein. Das ist jetzt einmal, also keine Minuten, glaube ich. Minuten, um Gottes Willen. Das sind 60 Sekunden. Ja. Boah, du Wubi, entschuldige, ich habe das zugesagt, können wir uns auf irgendwas anderes einigen? Wo ist ich da so her? Vielleicht möchtest du mit dem Boris Bukowski auf der anderen Hupfen. Der ist auch viel leichter als ich. Weil da muss man zusammen, darf man nicht über ein gewisses Ding haben. Na, ein Pfisteteil. Na, jedenfalls. Und dann auf einmal, ach du Scheiße, da ist eine Betonmauer, auf die wir zurasen. Jupp. Na, ah, eine Wolken. Okay, gut. Und dann auf einmal, wieder weg. Und dann siehst du wieder alles. Und dann den Meister zündet den Hilfsfallschirm, der dann den Großen rauszieht. Und dann auf einmal, und dann schwebst du zehn Minuten lang in totaler Stille. Das ist großartig. Wow. Na gut, der Schluss lässt es mich wieder. Aber was du vorher erzählt hast, das klingt ja nach Horrorfilm. Da will ich heute träumen davon. Du, es hat mich wahnsinnig gefreut. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, was wir noch nicht besprochen haben? Was dir am Herzen liegt? Das nächste Mal feiern wir den Geburtstag wieder gemeinsam. Das ist hiermit ein Versprechen. Den nächsten Geburtstag am 5. Februar, da lassen wir uns was einfallen, was besonders ist. Cool. Ich freue mich darauf. Ich habe dich ganz lieb. Du bist nicht nur ein toller Kollege, sondern auch ein ganz lieber Mensch, wie ich weiß. Und ich sage danke fürs Kommen. Das war es. Danke für die Einladung. Ich, selbstverständlich, ich habe darauf bestanden, dass du einer der Frühen bist. Ich sage danke für das Zuschauen bei Ohne Maulkorb mit tolle Zahl. Wie Sie wissen, jeden Dienstag um 20.15 Uhr, gleich am Mittwoch nach Brennpunkt, dann immer wiederholt. Und dann gibt es auch noch meine zweite Sendung auf KRONE TV, die heißt Rudi Backstage, immer am Sonntag. Und 20.15 Uhr mit Hintergrundgeschichten, heute habe ich ein bisschen angedeutet, wie das so läuft. Und ich sage, wie immer, bleibt gesund, und stay safe, wie ich bei den Amis sage, und stay human, bitte auch menschlich bleiben. Und wie immer am Schluss, love and respect. So better now we're back in the Stone Age. Back in the Stone Age.